3 2 Ballnocks auf die Koks Ich mag es eigentlich weg Nicht so auseinander, du kannst nicht irgendwie erst attacken Ah, hast du gerade der Regie... Ja Du kannst auch attack, fredden Los, fredden 2, ja Ich komm nicht so schnell zum Tank Wie viele standen jetzt drin? Alles gut 5 oder 6, oder? Wir ziehen doch immer an Borish Was, äh, Rashix, du kannst beim nächsten Ich hab jetzt hier Ja, ja Oh, what the fuck Gut Soll ich die Scheiße auflegen am Rand? Ja, wie möglich, hat uns schon überlocken Wir spreaden, ne? Ja, kein Schot spreaden Es kommt noch einmal Blut, vermutlich, also Okay, warum? Martell, laut Timer und 5 Ja, Blut, da werden wir voll Ja Laut Timer Oh, okay Rashix, deiner Oh mein Gott Ja, er läuft Oh mein Gott, das ist nix Mike Wir waren um Der Boy mit Rogen geschlagen Nicht vor der Kerle stehen Hör mal nicht direkt hinterher, Mann Nicht die Kerle, Lutsch Wo, also was? Was ist eigentlich an den Beams verrecken? Eigentlich gibt's keine Möglichkeit, wie man sich hier verreckt hat Also man ist trash Aber trotzdem finde ich auch... Orange ist wie der Kreis ist selbst so. Ja. Ganz außen. Wir können dauerhaft hier stehen bleiben. Wir haben einen Kreis. Perfekt. What the fuck. Eine Nova? Ja. Mama. Was ist das für Fake News, Alter? Ganz außen. Ganz außen. Ja, nicht so viel reinbubbeln, Leute. Das war dann nur... Achtung. Top den Tank, top den Tank. Ja, das ist ja so positioniert. Vorsicht hier, lad. Immer auf. Da rennt einer durch, da rennt einer durch. Ich hab ihn. Verschiebt mal leicht. Bins bitte in der Welt sei. Und mein bitte in der Welt in den Parler. Mond ist safe. Wir müssen auch hier irgendwo feststehen. Ich trinke. Achtung, Laser bei euch. Ihr könnt weiter verschieben zu Kreis. Nein, 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 warte, warte. Laser kommt gerade. Taylor, pass auf. Bonkball of Taylor, Tremor. Sorry. Da würde ich jetzt nicht viel schneller laufen. Da kommt gleich der Laser. Nicht zu rot, nicht zu rot. Okay, gut. Killt den noch schnell, Bloodlast. Ich zähle den Boss, Taylor. Ich zähle, dass er hier in die Ding reinpasst. Du siehst, das Zeug ist alles weg. Die Bassen 3. Raidcamp kann dann so zu blau und dann das Ding Richtung... Ich mach wieder in den nächsten Kreis scheiße, ne? Gut. Warte, die Grütze. Macht da jetzt da nix mehr. Okay, die nächsten gehen dann zu rot mit dem Grütze. So, abhelf, spretten. Spretten. Da noch. Hängt dann zweit davon. Eure eigenen CDs noch mit. Hearthstone, alles. Sorgt beim Tank. Absorgt habt ja auch. Achtung, nicht in den roten Kreisen drin stehen. Passt. Nächstes Blood jetzt wieder zu rot raustragen. Raidcamp kann so blau irgendwie in die Richtung... Okay, wartet noch nicht. Ist er weg. Ich hab noch Pains hat, ne? Achtung, nicht da wo der Tank steht. Nicht da wo der Tank steht. Nicht da wo der Tank steht. Alter, ich hab den Nice verpackt, Alter. WTF. Bleib, 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 bleib. Hey, chill, chill. Hey, why? Lass da nicht hinterher. Mach da hin. Hey. Kann man hier noch einen Dealer reporten. Gut, schalt, schalt ablegen. Oh, ich wurde genockt. Team. Weck ich hier, Train, Mann. Oh. Krieg das Blut da nicht überall ab. Train, train, train. Ich wurde da reingedlockt. Train, wait, ask. Braucht man, dass hier ein bisschen Platz frei bleibt, Leute. Ja, Payens wird immer noch, ne, Dealer, wenn du brauchst. Ja, noch nicht. Threaten jetzt. Okay, ich verteil fette Schilder. Ich verteil fette Schilder. Okay, Reshix, dann hier Deiner. Hat noch einen CD. Wir stehen hier mit ein bisschen wenig. Dann irgendwas. Harley. Gut gemacht. Null. Gar kein Mana, wenn man noch inner wird. Am nächsten können wir Tanks zu Opfern machen und gehen wir safe. 100 Pots. Habe ich schon gejudes. Battle ist aufheben, wir können dann einfach ein Tank opfern und... Geht mal da weg, ihr beiden. Geht da weg, ihr beiden. Geht da weg, ihr beiden. Ich möchte hier ein bisschen clearn. Ja, easy. Ihr könnt, ihr könnt, wir müssen jetzt mal auf die andere Seite da langsam. Ihr könnt hier mal rüberlaufen so zu blau und stack das Blut da noch irgendwo bei gelb oder so. Dann kurz weiter. Warte mal, mach gleich weiter, dann opfer ich mich. Ne, ne. Ich glaube, ähm... Nein, doch. Okay, dann opfer dich. Passt doch. Ne, ich hab jetzt auch den Penzer. Ja, aber warum? Das ist doch noch gar nicht. Das ist doch noch gar nicht. Boah. Alter, nicht. Boah. Boah. Ihr seid Dio. Ein Bonusroll. Aber auch ein Bonusroll. Was ist denn mit dem Silo? Läuft. Läuft bei mir. Und, Detaille. Bistets. Da, Junge! Ich hab was, Alter. Alter, denen. Ich hab ein Item bekommen, Alter. Also, bei mir kann gewollt werden. Ich hab ein Achievement. Wer bist du? Tja, Tja, Tja. Tja.